so jetzt kommt die zybox saga ach verdammt ich habe auszusehen auszusehen bin ich wieder ins hauptmenü zurückgegangen na gut aber wir sind jetzt auf jeden fall bei der zybox saga es ist es ist ja Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Eine neue Bedrohung Das sieht sehr clean aus Hochgesundheit fällt der Virus-Helzerkrankung zu Opfer Besiege C19 bevor seine Gesundheit auf Null ist Oh shit, das Leben fällt aber ganz schön schnell Gagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagag Das war's für mich, aber ich glaube, dass es sehr schwer ist. Vater, das ist eine Krankheit! Das ist mein Herz! Das ist gut. Perfekt? Oh, haben die das einfach komplett geskippt? Schade. Doktor Gero wurde einfach komplett geskippt? Okay. Ja gut, C17, C18 auch, von mir aus. Das gibt doch gleich zur Zeit spielen, holy shit. Ach, sah, sieht ja richtig gut aus. Ein furchtbares Omen. Was ist eure Lieblings-Cell-Form? Bei mir ist das definitiv die erste Form, die finde ich immer noch am coolsten. Und das erste Mal, dass wir auch mal einen anderen Charakter spielen, außer Goku. Ich glaube einmal konnten wir Gohan spielen richtig, aber ich weiß nicht mehr. Die Rung der Pigole macht ja gar kein Damage. Und der für Kombos-Bestörungswelle für ein Spiel. Oh, oh ja ja. Oh ja ja. Oh ja ja. Oh ja! Oh ja ja ja. Oh 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 ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ganz Dragon Ball als Piccolo gegen C-17 gekämpft hat. Junge, war das krass. Wie gesagt, ich bin nicht unbedingt gut in diesem Game, das seht ihr wahrscheinlich auch, aber wir versuchen es auf jeden Fall und die Attacken werden wir irgendwann nochmal ausprobieren, im Trainingsmodus oder so. Da hat er keine... Ich habe mich nicht mehr als Mensch, aber ich habe mich nicht mehr als Mensch, aber ich will nicht mehr. Ich denke, die Chance wird auch eher nicht mehr ausgerühren. Ich nehme an, dass das gleiche Team einst. ...ein Kampf Time zuoli sein... Ich denke, dass ich nicht mehr so vieles Mal tun kann. Ich denke, dass die Röse noch nicht mehr so vieles ist. die 17 freigeschaltet Time-Soul-Raum Die haben jetzt nicht diesen ganzen Kampf geskippt Gibt es ein Voodoo-Turnier? Okay Gibt es diese Zeige komisch aus? Das Zell-Spiel beginnt Also doch kein Voodoo-Turnier Uiuiui Uwab-Kamir-Meha-Peep Okay Das Zoll hat man eigentlich hinbekommen Neee, er hat ausgewichen, Arschloch Wie gemein Uwab-Kamir-Einsatz und er weicht einfach raus Junge machte Damage Das ist sehr Sehr gemein Oh mein Gott Nee, wir haben Zell zurückverwandelt Ich schwöre, ich wusste nicht, weil das so geht Was Zell jetzt zurückverwandeln kann Ich glaube, den Kampf werden wir aber nicht mehr schaffen Nee Tust, tust nicht Bairing out, hab gewonnen Ja, so teleportieren kann man sich hier noch nicht wie im Voodoo-Kai 3 Mann, da versuche ich gerade Immerwürdig angreifend will Nee Ah, ich krieg wieder Flashbacks Ich hab diesen Kampf schon mal gemacht Da war ich mal so sauer, als ich mit Gohan gegen Zell gekämpft hat Da habe ich dann auch immer verloren Da war ich dann irgendwann so sauer, dass ich dann Alle Videos gelöscht hatte und das gar nicht erst hochgeladen hatte Ich hab Flashbacks, ich hab Flashbacks Nee, er lebt immer noch Oh Gott, wir sind die Besten Oh Gott, wir sind die Besten Sohn Go'kun, so mag ich jetzt Ich bin jetzt möglichst viel Sohn Go'kun, ich bin jetzt Es wird sein, wenn du ihn zum Glück Ja, ich bin jetzt Ich bin jetzt Ich bin jetzt Ich bin jetzt Das war's für heute. Was ist das? Ich verstehe. Ich werde es probieren. Er ist ein Geist. Das ist ein Geist. Okay, mit Gohan, Super Saiyan, Gamma Mia, Schnelltot, Schneller Hammer, Presslufthammer. Ja, ich sag mal, dieses Gates, die haben so komische Namen. Der Kampf ist ja noch in Ordnung, aber jetzt gleich kommt irgendwann dieser Teilkampf, der schrecklich. Hey, ausweichen. Ne, ich bin nicht wieder von verdammt. Das war's für ein paar Wesen, die ist ja noch in Ordnung. Ich bin nicht sicher. Das ist nicht sicher, dass du sagst, wenn du sagst, dennoch wiederhol hast. Ja, ich bin nicht mehr. Ich bekleyen, dass du sagst, dass du sagst, dass du sagst. Kommt schon ein Schlag noch. Ach, sehr gut. Das war's für mich. Achtung Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 7 Stück müssen wir von dem besiegen Wie lange danach nicht noch Sal kommt oder so Shit Autsch Und noch 3 Stück Zwei noch. Easy, nur weil ich der Beste bin. Oh, shit. Okay, das geht's. Nein, nein. Domino. Oh, komisch geworden. Das ist so eine Kacke, dass sie sich so schnell D verwandeln. Oh, Mann. Natürlich habe ich hier die Arschkarte. Na, super. Ich versuche immer Kombos zu machen, aber dann verkacke ich die. Ich drücke... Ach, egal. Ja. Wieder böse Flashbacks. Komm, jetzt schaffen wir das. Äh, weiter rauszup... Oh, Mann. Ich schau. Ich schau. Misch plus power. Ich habe eine Frosch-Cell. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Und wir haben Cell freigeschaltet. Yay, 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 yay. Trunks? Geh! 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 Das war's für heute. Ich habe nur einen anderen Knie verwendet, und ich habe keine Knie verwendet. Ich habe das Knie verwendet. Du bist gut, wenn du nicht gewinnen. Ich habe das Gefühl, dass du deinem Wunschst. Ich habe das Gefühl, dass du deinem Wunschst. Ich habe das Gefühl, dass du dich in den letzten Enden verwendet. Du bist du mit uns, die du mit uns zu verbreiten. Ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2017 Untertitelung des ZDF, 2017 Untertitelung des ZDF, 2017 So, das war das Hauptgame schon Ich bin relativ schnell, aber ich glaube, wir sind noch nicht Untertitelung des ZDF, 2017 Untertitelung des ZDF, 2017 Untertitelung des ZDF, 2017 Untertitelung des ZDF, 2017